Löffelt ihr auch so gerne Nutella direkt aus dem Glas? Denn jetzt habe ich einen perfekten Hack für euch und zwar Nutella-Eis. Nutella-Eis braucht nur zwei Zutaten. Ihr braucht ein fast leeres Nutella-Glas und Sahne. Deckel zuschrauben und ordentlich schütteln. So richtig doll. Ihr müsst etwa zwei Minuten lang schütteln. Ab in den Gefrierschrank und schon ist euer Nutella-Eis fertig. So lecker, Leute. So lecker.